Empfehlungen zum Video Video 3 Uhr 37 Das Eilerletzte vom 6. Spieltag Ein Versprecher, ein Patzer und ein gnädiger Vermieter Video 3 Uhr 27 Das Eilerletzte zum 4. Spieltag Von Platz 2 bis 18 ist es spannend. Video 3 Uhr 40 Champions League Guardiola schlägt Barcelona, das wird die Pointe der Saison. Video 0 Uhr 54 Emotionaler Abschied von Bastian Schweinsteiger Es war schwer, die Tränen zurückzuhalten. Video 1 Uhr 6 Britische Eishockey League Eishockey-Spieler geht. Mit Puck ins Tor Video 1 Uhr 59 Unterwasserschach, einmal Luft anhalten, bitte. Video 2 Uhr 1 Maradona in Weißrussland, Handgottes für Provinzclub Video 2 Uhr 42 Settel Ausstellung in Berlin Melde dich du wirst Vater. Video 0 Uhr 28 NBA Basketball Hornets Monkmi, dem Dank des Tages Video 1 Uhr 13 Wakeboarden über Eisberge, ziemlich coole Sache Video 0 Uhr 58 mit Favorit verliert zum Auftakt Fehlstart für die Rockets Video 1 Uhr 57 Trotz Niederlage gegen Frankreich, die Leistung war großartig.